Hallöle, ich bin's wieder, Ihre Frau Schwertfeger. Ich sag immer am besten aus der Region, für die Region. Drum bekomme sie bei uns neben internationale Produkte auch Gutes vom See. Wie das Mineralwasser der Randecker Ottilienquelle. Ursprünglich rein, in Glasflasche abgefüllt. Edeka Sulga in Markdorf, Messkirch, Stockach und in Bermatingen. Da kaufe ich ein.